Julius, wie sieht's aus? Haben wir einen Jingle? Yes! Yes! Bisschen viel Beatles gehört, sag ich mal. Herzlich willkommen zu Folge 105 von Team Totale Zerredung. Wie viele Beatles gab's? Vier, der fünfte Beatle, Julius Fischer. Es gab fünf, aber der eine ist ganz früh gestorben. Ich bin der sechste Beatle. Wahrscheinlich bin ich eher so der 200. Beatle, weil ich glaube, das behaupten viele, dass die mal mit denen zusammengearbeitet haben oder vielleicht mal die gemanagt haben. Also das ist eine bewegte Bandhistorie, sag ich mal. Werden wir jetzt eigentlich dann übelst verklagt, weil du irgendwie, was hast du gesungen? Tell me love oder irgendwie sowas? Das ist so ein typisches Beatles-Zitat, für das man jetzt irgendwie verklagt wird, weil das gesichert ist auf Lebenszeit. Keine Ahnung, jetzt wo du es angesprochen hast, springen bestimmt irgendwelche Internet-Trigger an und die geben dem nach. Um dich auch mal vorzustellen, unser juristischer Beauftragter, André Herrmann. Ja, ich mache mir Sorgen. Du musst ja ein bisschen darauf achten, dass es hier auch seinen richtigen Gang geht. Ach, du musst dir keine Sorgen machen. Dafür sind wir viel zu klein. Das ist, obwohl die Kleinen werden ja häufig, die Kleinen werden ja häufig auch dann mal, verstehst du, wie ich meine? An denen kann man Präzedenzfälle machen, habe ich im Politikwissenschaftsstudium gelernt. An den Kleinen? Ja, man macht an den Kleinen die Präzedenzfälle, um dann quasi die etwas Mittelmäßigeren damit zu beeindrucken und zu sagen, so, wir haben schon drei Leute verklagt und gegen die erfolgreich gewonnen, dann sind die Mittleren beeindruckt und dann sind irgendwann auch die Großen davon beeindruckt, dass die Mittleren sich nicht mehr getraut haben, dagegen zu prozessieren. Okay, das finde ich sehr gut. Es sei denn, man macht direkt einen Großen, dann halten gleich alle den Mund. Ja, verstehe. Weil ansonsten hätte ich jetzt gesagt, das ist ja ganz gut, dann reißen wir vielleicht wenigstens gemischtes Hack mit in den Tod. Für ihre ganzen Beatles-Cover. Nee, für die Rap-Zitate am Anfang. Dann kommt so Klage von Jay-Z. Ja. Klage von Lil, wie auch immer Rapper gerade heißen. Ja, das wäre mir recht. Lil G. Das wäre mir recht, wenn wir dadurch einem anderen Podcast auf den Thron verhelfen. Naja, sagen wir so, wenn ich untergehe, dann soll ruhig noch jemand mitkommen. Sicher, sicher. Das ist menschlich. Also das ist so alte Trickfilm-Regel. Wenn Leute von der Klippe fallen, dann wird immer noch mal nach oben gegriffen. Nee, das ist Lemming-Regel. Nee, die wollen ja da runter. Ach so, okay. Ja, stimmt. Also die machen das natürlich auch, aber die schuppen eher, weißt du? I see. Die reißen jemanden freiwillig mit runter, während sie sich runterstürzen. Und das machen wir ja nicht. Das heißt, ja, ich wäre gerne Lemming, glaube ich. Ich weiß auch nicht, wo ich da gerade hin will, aber ich irgendwie, ja. Nee, ich will mich eigentlich nicht von der Klippe stürzen. Eigentlich nicht. Aber ich wäre gerne, also wenn jemand von der Klippe springt, dann würde ich gerne mitspringen. Einfach aus Freundschaft. Ich habe letztens gehört, apropos jetzt Lemminge, ich kam jetzt so auf das Spiel, dass das Spiel Worms 25 Jahre alt geworden ist. Kennst du das noch? Ja, selbstverständlich. Ja, aber das Krasse ist, es gibt halt jetzt mittlerweile viele Leute, die einfach so sagen, hä, was? Und da muss ich dann ein bisschen so meine Eitelkeit zügeln, dass ich nicht sage von wegen, wie kann man denn nur? Wie kann man denn nur? Ich hatte den ewigen Rekord bei Worms. Sondern man muss halt, naja, mit der heiligen Handgranate und so und die Bananengranate und so. Und das kennen halt Leute natürlich nicht mehr. Wenn es vor 25 Jahren war, da ist einiges passiert in der Zeit. Du, ich glaube ehrlich gesagt, dass auch viele Leute nicht mehr Moorhuhn kennen. Das war ja auch so ein ganz weirder Trend. Vor allen Dingen war es ein richtiges scheiß Spiel. Es war ein richtiges Kackspiel. Ja, also das habe ich damals schon nicht kapiert. Ich glaube, da bin ich so ausgestiegen aus dem Mainstream. Ich weiß, dass mein Stiefvater, der hatte auf seinem, damals noch ein Macintosh, hatte der ein Spiel runtergeladen. Oder, weiß gar nicht, ging das schon runterladen? Oder war das auf irgendeiner CD mit drauf und ich habe das installiert? Auf jeden Fall war das nur so ein kleiner Bildschirm. Also gar nicht komplette Bildschirmgröße, sondern nur so ein, keine Ahnung, so ein Achtel oder sowas. Und das zeigte sich ein Friedhof und dann tauchten immer so Terroristen hinter den Grabstein auf und man musste sie abballern. Und ich glaube, es war sowas wie die IAA oder sowas. Also so ein ganz, so ein ganz, so ein ganz, so ein ganz weirder Konflikt, den ich als Neunjähriger oder Zehnjähriger auch nicht so richtig, also. Du hast so ein bisschen den Nordirland-Konflikt einfach mitgemacht, aber nicht verstanden, auf wessen Seite du eigentlich gerade bist. Ich glaube, meine Aktionen haben durchaus Reaktionen erzeugt, auch in der Politik. Ich glaube, danach ging es auch heiß her im echten Leben. Ich glaube, das war gar kein Spiel, das war eher so ein, ich meine, es war ein Macintosh. Also das war ja quasi die Krone der technischen Entwicklung zu dieser Zeit und ich denke, dass ich einfach direkt die Schaltzentrale war. Naja, also das ist ja ein kleines bisschen Trugschluss. Also wir hatten auch ein iMac und es war super scheiße, weil das noch zu der Zeit war, wo die noch diese PowerPC-Prozessoren hatten, wo du keine normalen Spiele drauflaufen lassen konntest. Ja. Das war so scheiße. Ja, deswegen war halt nur so ein kleines Browser-Game oder browserbasiertes Spiel möglich. Ja. Aber ich halte mich so gefreut, als es irgendwann Quake gab auf dem Mac. Ja, aber du redest vom iMac. André, ich rede von 1993 bis 1995. Also wir sind wirklich noch, da sind wir noch zwei oder drei Generationen früher. Ich bin ja dann doch schon alt. Also war es auch ein Kasten bei dir? Also nicht mal dieses schicke Ding, sondern ein grauer Kasten? Daran kann ich mich nicht mehr erinnern, aber ich glaube schon, ich glaube schon, dass es ein grauer Kasten war, der unten drunter stand oder neben dem Bildschirm. Das kann ich mich nicht mehr daran erinnern, das weiß ich nicht. Aber Worms, an Worms habe ich sehr warme Erinnerungen oder soll ich sagen warme Erinnerungen. Denn mein Schulkumpel, der Peter, der hat ein Dorf vor mir gewohnt und bei dem haben wir hin und wieder mal tatsächlich auch noch in der achten Klasse Cowboy und Indianer, würde man jetzt nicht mehr machen, aber auf jeden Fall, oder Cowboy und Sue gespielt. Und zwar mit so Pistis, die ja so richtig geknallt haben. Und das in der achten Klasse ist eigentlich auch schon geil. Und der hatte dann irgendwie gegenüber von seinem Haus, hat nach einem Kumpel von ihm gewohnt und bei dem haben wir dann immer so in der Hobbygarage am Computer uns abgewechselt mit Worms spielen. Das war toll. Auch geil, dass sie den Computer so in der Garage stehen hatten. Ja. Du, das war Dresden. Die haben gesagt, ey, dieses technische Teufelszeug, das kommt mir nicht ins Wohnzimmer. Ja. Ich weiß auch noch, dass bei einem Kumpel, die haben dann so, also wie das so aufkam mit dem, also wir sind ja noch in einer Zeit aufgewachsen, wo man durchaus noch keinen Computer zu Hause hatte. Also bei mir wurde dann irgendwann ein Computer gekauft, als ich in die fünfte Klasse aufs Gymnasium kam. Und meine Eltern meinten, das kann man jetzt ruhig mal haben. Das ist für die Schule bestimmt ganz zuträglich. Und vorher... Nie habe ich was in der Schule gemacht mit Computer. Bis zur Jahresarbeit in der elften Klasse so gefühlt. Wirklich? Ja. Ja, was denn? Also ich war da so anders drauf. Ich habe dann einfach alles auf dem Computer gemacht, obwohl es auch vollkommen sinnlos war. Zum Beispiel? Du hast dann Matheaufgaben einfach, also 1 plus 1 gleich 2 hast du dann im Computer gemacht und ausgedruckt. Nee, man musste doch auch immer so Vorträge machen und so. Das stimmt. Das habe ich dann alles auf dem Computer gemacht. Ja, okay, vielleicht habe ich auch ein bisschen übertrieben mit der elften Klasse, aber ich bin ja dann doch noch ein, zwei Schuljahrgänger unter dir. Und ich glaube, ich war so am Beginn dieser technischen Revolution, dass alle in Ostdeutschland zumindest einen Computer zu Hause hatten. Ich hatte auch mega lange kein Internet, wenn ich mich nicht täusche. Also ehrlich gesagt kann ich mich nicht daran erinnern, dass ich zu Hause Internet hatte überhaupt. Ah, warte mal. Ja, doch, aber 56k. Doch. Ja, da habe ich ja mal irgendwann so die 400 D-Mark-Marke durchbrochen mit Telefonrechnung und das war wirklich so Angst vor der Telefonrechnung. Und dann habe ich irgendwann zum Geburtstag und wirklich am Tag meines Geburtstags war dann der Schalltermin DSL bekommen. Das war ein ganz toller Tag. Da habe ich dann früh mir einen Song vom Wu-Tang Clan runtergeladen und das dann vor der Schule noch gehört. Super. Es war super geil, ja. Und dann hatte ich gar keinen Bock mehr auf Schule, weil ich nach Hause wollte und surfen. Klar. Und wie gesagt, haben wir letztens schon mal gesehen, meine erste Seite war auch rotten.com. Ja, meine nicht. Ach so. Ich hatte von diesem ganzen Zeug keine Ahnung. Es hat alles mein Adoptivbruder gemacht. Der kannte sich aus mit den ganzen, mit den Internetseiten, mit den lustigen Prankseiten, mit den Gagseiten, mit den, der kannte sich aus mit Napster und was auch immer. Und ich war einfach nur, ich war einfach nur froh, wenn ich mal gesurft bin. Und darüber hinaus habe ich viel SimCity gespielt und FIFA. Oh ja, das habe ich auch gemacht. Was ich jetzt festgestellt habe, wo mir, wo mir, ich bin jetzt auf dem Internetding, weil ich, weil ich festgestellt habe, dass, ähm, ich mache ja Arabischkurs und das Internet hilft dabei überhaupt nicht. Weil alle, ich kann, ich kann es ja weder eingeben, diese, diese lustigen Zeichen, noch, dass ich, äh, es gibt dann immer so, äh, deutsche Ver, 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 Lautschriftlichung. Ja. Aber selbst das kann man nicht eingeben, weil man kommt damit nicht weit. Das heißt, ich bin vollkommen, ich muss, ich habe dann wieder ein Buch genommen und muss dann da drin nachgucken. Das ist ja schrecklich. Das ist wie in den 90ern. Aber. Ich kann nicht mal schnell irgendwas rausfinden. Aber Frage. Ich bin immer darauf angewiesen, ich muss so Fragen aufschreiben und dann die Lehrerin fragen. Aber gibt es da keine, gibt es da keine Schablone irgendwie für die Tastatur oder so? Oder haben, äh, hat die Arabische Sprache eine andere Tastatur? Das weiß ich nicht, es gibt bestimmt, also ich kann es garantiert umstellen und dann kann ich mir so eine Schablone drauflegen. Aber ich kann es ja auch, ich kann jetzt ja gar nicht schreiben, das ist übelst kompliziert. Also ich kann, glaube ich, also wenn ich mir Mühe gebe, kann ich vier Wörter lesen. Okay. Und schreiben versuchen wir lieber nicht. Also es geht, ich kann zum Beispiel ich schreiben und du und wo und, äh, und du. Aber was, ach, du kannst ich, du, wo und du schreiben? Okay, sehr gut. Nee, ich, du, wo, äh, ich, du, wo und, und du. Und? Also so und du als Frage. Ah, okay, okay. Und ich kann, glaube ich, auch Arabisch schreiben. Okay. Beziehungsweise Araberin. Darf ich an der Stelle die Frage stellen, was hast du erwartet nach einer Stunde? Zwei. Zwei. Aber du dachtest jetzt, der Kurs ist. Naja, ich kann jetzt irgendwie, ich kann jetzt, glaube ich, zehn Buchstaben von, ich weiß nicht wie viel, 28 oder so, keine Ahnung. Das wäre vielleicht der erste Schritt zu wissen, wie viele Buchstaben es eigentlich gibt oder lässt du dich überraschen? Das wissen die ja selber nicht. Wie? Das ist ja das Problem. Du lernst da jetzt Hocharabisch und dann ist das Erste, was sie dir sagt so, naja, Hocharabisch ist schön, dass wir es lernen, aber eigentlich spricht es niemand. Die sprechen halt alle irgendwelche Dialekte und zum Beispiel Leute, die so Syrien, aus Syrien kommen oder aus dem Libanon, die werden zum Beispiel auch von Leuten aus Marokko oder so verstanden, weil die ganz viel Fernsehindustrie haben, hatten und deshalb diese arabischen Sendungen im libanesischen oder syrischen Dialekt weiter verbreitet sind. Jemand aus Marokko, den versteht niemand. Okay, aber wäre es dann nicht jetzt so langsam ab irgendwie Stunde drei oder Stunde vier an der Zeit, dass du in deinem Charakterbaum, also ich sehe das wie bei so einem Rollenspiel, Computerspiel, dass du dich… Ja, Julius, es ist auch Corona, man kann jetzt nicht auch noch einen Konversationskurs machen. Außerdem, was soll ich denn konversieren? Das ist mir… So, was soll ich denn sagen? Ich, du und du, wo, wo du? Ja, nein, aber ich habe mich gefragt, ob du jetzt einfach sozusagen den Skill, also ob du schon genügend Skillpunkte freigeschaltet hast, um zum Beispiel zu sagen, okay, und jetzt lerne ich die ersten Steps im marokkanischen Arabisch oder im libanesischen Arabisch. Nee, ich glaube, ich mache dann libanesisch-syrisch. Ja, muss ich auch. Ich muss da auch definitiv Konversationskurs machen. Aber noch, vielleicht, um dich zu zitieren, vielleicht ist nach einer Stunde noch nicht so weit. Ja, war, habe ich das denn gesagt? Ja, vielleicht vor einer Minute. Da kann ich mich nicht dran erinnern. Auf jeden Fall kann ich jetzt sagen, ich kann jetzt richtig sagen, wenn die immer sagen, Salam alaikum, so die Leute, die so Arabisch tun, weiß ich, dass es nicht so ist, das heißt, Assalam alaikum. Okay. So, das kann ich jetzt richtig aussprechen. Macht dir das auch Spaß, direkt so ein bisschen kehrlich zu sprechen, als würdest du zu einem Clan gehören? Ja, voll. Weil das Ding ist nämlich auch, was ich mitbekommen habe, man hat ja am Anfang dieses typische Sprachkursding. Man schämt sich dafür, es ordentlich auszusprechen. Also so, wie es wahrscheinlich richtig klingt. I don't know what you mean. I don't know. Genau, genau. So dieses Lena-Englisch. Und dann sitzen aber auch Leute drin und das ist jetzt, ich will die ja gar nicht verurteilen oder so. Aber da frage ich mich dann, wollt ihr es nicht oder könnt ihr es nicht? Weil dann, die sagt irgendwie, es wird ausgesprochen, es wird ausgesprochen, was weiß ich, hal-anta-arabi. So, und dann lesen die das vor, hal-anta-arabi-i. Und dann denkst du so, warum? Warum sprichst du es nicht gleich richtig aus? Weil Leute unterschiedliche Auffassungsgaben haben. Zum Beispiel bei Harry Potter, Staffel 1 hätte ich gesagt. Ja, hab ich auch gehört. Da hat ja Ron auch. Wingardium Leviosa. Ja. Und dann heißt es, es heißt Wingar und Leviosa. Ja. Deshalb konnte es nämlich nur Hermine machen. Genau, weil die richtig zuhört und weil die keine… Das heißt, ich höre richtig zu? Du hast vor allem keine Scheu danach, du hast keine Scheu, wie ein Computer einfach die Sachen nachzubrabbeln, die dir jemand vorerzählt. Das ist… Doch, doch schon, aber irgendwann ist es mir dann egal. Ja, und das ist eine große Stärke. Im Gegensatz zu anderen, die sich denken, dass du gefühllos bist wie ein Computer, ist einfach wirklich gut in bestimmten Bereichen. Ich hab mich am Anfang voll geschämt. Dann hab ich aber gedacht von wegen, wenn ich cool sein will irgendwann auf der Straße, dann muss ich es auch richtig aussprechen. Ja. Dann kann ich nicht sagen zum Dönerverkäufer, Assalamualaikum. Also, ich sag mal so, den Dialekt, den musst du dir dann halt irgendwann später auch drauf schaffen, weil sonst denken die wirklich, du bist ein Regierungsroboter. So, und dann wirst du vielleicht gemieden, aber das kannst du ja, das ist ja kein Problem. Aber ich glaube, deswegen bist du auch so gut im Bowling, weil du einfach immer wieder dieselbe Aktion, also weitestgehend, durchführen kannst und dich auch verbessern kannst. Während ich zum Beispiel, wenn ich Bowling vollführe, dann glaube ich immer so ein bisschen an mein wildes Genie, dass ich dann die Kugel so anspinne, einfach mit meinem kreativen Finger, dass die Pins dann schon überzeugt sein werden, ah, okay, na, wenn er sich so viel Mühe gibt und so eine kreative Lösung hat für den Wurf der Kugel, dann fallen wir einfach mal alle um. Während du einfach sagst, bam, 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 ich baller einfach immer auf dieselbe Stelle, bis es geht. Deswegen hast du auch, glaube ich, gerne Karate gemacht, weil auch da geht es ja darum, eine Stelle, also glaube ich, dass es darum bei Karate geht, dass es darum geht, immer wieder auf eine Stelle drauf zu wamsen, bis die halt bricht. Stimmt's? Ähm, warte mal, ich muss mal ganz kurz ans Telefon gehen. Ich komme gleich wieder. Ja. So, jetzt ist André ans Telefon gegangen. Er hat im Grunde genommen meine gesamte letzte Minute ignoriert, beziehungsweise war zu aufgeregt und gleichzeitig zu höflich, um mir zu sagen, ich gehe jetzt mal ans Telefon. und das hatten, also ich habe einfach eine sehr, sehr gute Theorie gerade ausgebreitet und die wurde quasi ignoriert, aber ich bin, ich bin, ich bin, ich bin, ich bin, ich komme damit klar. Das ist cool für mich. Das ist cool für mich. So, wir wurden kurz unterbrochen, sorry, aber ich habe mir aufgeschrieben, worum es ging. Du hast gesagt, dass ich beim Bowling immer quasi den gleichen Move mache, was ein Vorteil von mir ist, was natürlich auch nur so halbstimmt, weil es gibt natürlich auch, rein physikalisch musst du beim Bowling am besten in die eine Stelle reintreffen. Sag ich ja. Es war richtig krass. Ja. Der hat halt ansonsten einfach ein extrem langweiliges Leben, aber also vielleicht verurteile ich ihn da auch falsch, vielleicht ist das nur beim Bowling so und ansonsten ist er der total kreative Wirbelwind. Na, ich finde es aber so krass, der hatte dann auch so, so, so Kopfhörer drin und weißt du, so von wegen, ich muss hier alles um mich herum ausschalten. Geil, hat er auch eine Sonnenbrille auf und so ein Hoodie auf wie beim Poker. Ja eben, da wollte ich gerade sagen, das finde ich dann immer ein bisschen krass, wenn das so ist. Hat er auch mit seinen Kugeln, hat er seine Kugeln so auf den Tisch gelegt und dann immer so durch die Finger gleifen lassen? Der hatte vier Kugeln. Natürlich hatte er vier Kugeln und der hat mit jeder Kugel exakt dasselbe gemacht, ja? Nee, der hat die, genau, also immer für denselben Zweck benutzt. Wahnsinn. Das ist richtig krass. Aber hast du noch gehört, wie ich dann auch darauf weitergesponnen habe, dass das bei dir ja bei Karate auch so war? Deswegen, weswegen du so gut warst bei Karate, weil du immer auf dieselbe Stelle gewamst hast? Ich habe ja gar nicht so gern Zweikampf gemacht. Das einzige Mal, als ich wirklich gern Zweikampf gemacht habe, war, als ich beim Turnier, also das muss ich so erklären, es gibt ja, du weißt, was Winner und Loser Bracket ist? Sind das zwei verschiedene, also die Verlierer spielen nochmal gegeneinander und die Gewinner, oder was? Naja, also es gibt quasi zwei verschiedene Wege, ins Finale zu kommen. Also der Lucky Loser quasi. Genau, du trittst halt nochmal an und dann kannst du dich quasi durch die ganzen Loser nochmal ins Finale kämpfen. Das heißt, es gibt einen, der am Ende alle Gewinner besiegt hat. Einer, der alle Verlierer besiegt hat. Und der kämpft dann gegen einen, der alle Verlierer besiegt hat, aber der eine, der, das ist natürlich schon von Vorteil, wenn du dein erstes Spiel verlierst und damit auch sozusagen nochmal deine Fehler reflektieren kannst und daraus natürlich auch eine große Stärke generierst, während du... Und das war das Turnier, genau so war es. Ich bin im ersten, in der ersten Runde habe ich verloren, vollkommen zu Unrecht, war dadurch so böse, dass ich einfach ultra nicht aggressiv war, aber ich wollte halt Leute hauen und bin dann halt einfach durchmarschiert bis ins Finale, kam dann gegen den dran, gegen den ich verloren habe. Nein! Und habe dann gewonnen. Das war geil. Das ist ja wie... Das war richtig geil. Das ist ja wie Bern 54. Ja. Also, da war es ja auch so Deutschland... Es war das Weihnachtsturnier, das war ein Weihnachtsmärchen. Naja, ja, 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 weil Deutschland hat ja auch in der Vorrunde, wurden die ja quasi wirklich regelrecht verdroschen von den Ungarn, die zu der Zeit die größten Stars der Welt in ihren Reihen hatten. Und dann waren die Ungarn im Finale mega davon überrascht, dass Rahn dann doch geschossen hat aus dem Hintergrund. So war es. So war es bei mir auch. Wow. Und das Geile war, ich habe dann sogar noch die Gesamtwertung gewonnen, also dieses Cutter-Form-Laufen auch noch gegen ihn. Das war so geil. War das so ein ewiger Rivale oder war der nur für dieses Turnier scheiße? Nee, das war einer bei uns aus dem Verein, den ich eigentlich ganz gut leiden konnte, aber da ging es ums Prinzip. Na klar. Und vor allen Dingen, weil ich auch vorher, als ich da ankam bei dem Turnier, waren wir irgendwie ein oder zwei Wochen vorher bei den Deutschen Meisterschaften. Also das war so, das war Verbandsmeisterschaft. Und wir waren irgendwie ein, zwei Wochen vorher bei den Deutschen Meisterschaften. Und da bin ich auch in der ersten Runde rausgeflogen, auch vollkommen sinnlos. Also ich weiß bis heute nicht, also ich glaube ja an eine große Verschwörung, Telegram-Kanal kommt. Natürlich, natürlich. Bin da rausgeflogen und es ist nicht so, dass einem das irgendwie jemand groß übel genommen hat, aber ich komme dann da rein, bei dem Weihnachtsturnier, in die Umkleidekabine und das erste, was mir irgendwie so die ganzen Kadertrainer sagen, von wegen, na, heute wieder erste Runde rausfliegen. Das ist ja eine geile Motivation. Ja, genau. Und ich war so angepisst davon. Und dann bin ich in der ersten Runde rausgeflogen. Und dann hast du aber am Ende, dann hast du es aber am Ende allen gezeigt und hast dann gesagt, na, in der ersten Runde rausfliegen und am Ende trotzdem gewinnen. Was haltet ihr da von ihr Arschlächer? Oder was hast du da? Nee, und das, 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 das krasse war, bei dem Turnier, da war, dazu kam ich nicht, weil bei dem Turnier war danach mein Trainer. Aber du hast dann keine Zähne mehr? Nein. Nee, nee, ach, wir haben ja, wir haben ja nur Halbkontakt gekämpft, also nicht richtig boxen. Und, aber bei dem Turnier hat danach mein, mein Trainer von zu Hause, also der war kein Kadertrainer, hat der auch bei dem Turnier mitgemacht, weil er irgendwie mal wieder Bock hatte. Und eigentlich hat er nie Turniere gemacht. Aber der war so zwei Meter groß und halt übelstes Kreuz und so, voll die, voll die Maschine. Und der war dann auch im Zweikampf dran und da waren so Leute, war so eine polnische Mannschaft und das waren einfach die übelsten Killer. Also da war so einer dabei, so ein kleiner Glatzköpfiger, der war einfach, er hat einfach alle übelst doll geboxt. Und dann war da so ein riesengroßer Bärenmann, der auch die Leute einfach so umgelatscht hat. Und da, das werde ich nicht vergessen, dass mein Trainer gegen den dann ran musste und dann vorher gesagt hat, von wegen, oh nee, ich, ich glaube, ich lasse mich einfach kurz latschen und dann gehe ich wieder. Hat er gemacht? Das war krass. Ich glaube, er hat verloren gegen den, aber es war dann doch ganz okay. Also es war, die haben sich dann doch irgendwie gekämpft, aber. Okay. Und das Geile, das habe ich aber, glaube ich, schon mal erzählt, dass ich mal beim Turnier war und da wurden irgendwann unsere Verbände zusammengelegt und dann kamen wir mit zum anderen Verband zusammen, den wir nicht so cool fanden, obwohl die Leute da nichts dafür konnten. Aber wir haben das halt irgendwie so gesehen. So, und dann war da so ein Typ, der war gegen mich dran im Zweikampf und der hat die ganze Zeit, als wir uns so gegenüberstanden und so rumgetänzelt sind, hat der immer zu mir gesagt, ich mach dich fertig, mach dich fertig, mach dich fertig, mach dich fertig. Das ist ein richtiger Assi. Ja. Und dann habe ich gegen den auch verloren und dann war aber nach mir ein Kumpel dran, der auch viel besser im Zweikampf war als ich und der hat ihn einfach so richtig mitten im Satz, als er gesagt hat, so, ich mach dich, hat er ihn so voll erwischt. Oh, das war toll, das war einfach richtig schön. Ja, das glaube ich. Weißt du, was mein größter Erfolg war im Sport? Also. Warte, lass mich kurz überlegen, was hast du für Sport gemacht? Weiß ich nicht. Fußball doch. Fußball, also du warst Kreismeister in Dresden-Ost. Nein, 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 nein. Fußball habe ich nie in einer Mannschaft gespielt. Ich war einmal beim Probetraining zusammen mit den ganzen coolen anderen Jungs aus meiner Klasse, fünfte oder sechste muss das gewesen sein. Und wir waren halt irgendwie acht Jungs, die sich bei einer Mannschaft zum Probetraining angemeldet haben. Und ich weiß nicht so richtig, warum ich das damals nicht verstand, aber von acht Jungs werden einfach nicht acht Jungs genommen. Und ich war einer von denen, die nicht genommen wurden. Und ich glaube, zwei wurden genommen, ich nicht. Ich habe nur immer in der Schule Fußball gespielt. Fünfte, sechste waren wir halt super gut, war meine Klasse super gut. Und ich hatte in der fünften Klasse, hatte ich nur einen Einsatz beim Schulturnier gegen die anderen Mannschaften, und zwar im Finale. Und es war so, dass ich eingewechselt wurde, es stand 0-0, ich wurde eingewechselt und habe das 1-0 gemacht. Oh. Das war ein großer Erfolg. Und dann war richtig so übelst alle, Julius, 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 Julius. Nee, ich glaube, wir haben am Ende sowas wie 13-0 gewonnen oder so. Insofern war das 1-0 nur der Türöffner und dann. Aber hey, es ist nicht nur der Türöffner, Julius. Nein, nein, nein. Du musst es auch so sehen, von wegen, ohne dich hätte es nur 12-0 gestanden. Nein, Chaos-Theorie, ohne diesen Türöffner wäre es vielleicht ganz, hätte von denen jemand die Tür geöffnet. Wahrscheinlich, aber das ist leider nicht in meiner Persönlichkeit. Ich durfte dann auf jeden Fall im nächsten Jahr, da wurde nämlich so halbgroßes Feld gespielt und nicht auf dem Miniplatz. Und da durfte ich dann schon, hatte ich mehr Spielzeit, aber da war die Magic dann weg. Da wurde ich dann irgendwie, glaube ich, im Mittelfeld eingesetzt von keinem Trainer, denn wir hatten keinen Trainer. Wir hatten einfach nur die Klasse. Aber da wurde das rausgewotet, demokratisch. Demokratisch ausgewechselt. Ja, und dann hatten wir halt, dann war halt die Scheiße, dass ich ab der siebten Klasse war ich halt, war ich einer von vier Jungs in der Klasse. Und wir haben es nie hinbekommen, eine richtige Mannschaft zusammenzustellen. Das heißt, wir mussten uns dann Leute borgen aus anderen Mannschaften. Und dann haben wir eigentlich bei den Fußballturnieren immer auf die Fresse gekriegt, weil wir waren halt nicht genug. Ihr konntet ja auch nicht üben so richtig. Und in der zehnten Klasse, ich weiß noch, in der zehnten Klasse, da gab es ein gemischtes Handballturnier. Und natürlich, denn es war die Ende der 90er in Sachsen, natürlich waren die Tore der Mädchen zwei wert. Ach Gott. Ja, ja, und da gab es zwei Inzidenz, also da waren wir auch die schlechteste Mannschaft, weil die Jungs, die in der Mannschaft mit waren, die waren halt auch noch schlecht, außer ich und mein Kumpel. Ich war eigentlich ganz passabler Handballspieler, ich habe ja auch mal drei Monate im Verein gespielt und dann keine Lust mehr gehabt, weil… Was, Handball? Ja, ich war mal im Handballverein. Krass. Und dann gab es, zuerst gab es den Inzidenz, dass einer, also eine Mannschaft, die C, die haben mich die ganze Zeit gehändelt auf dem Spielfeld, die haben die ganze Zeit Trash Talk gemacht, die haben mich immer Slimfast genannt, weil ich halt so ein bisschen dicker war. Und dann, ey, Slimfast, Slimfast. Und dann, und dann habe ich… Die Werbung mit Harry Weinfurt, ach toll. Und dann habe ich einen Mayo, das war einer von denen und der, der war der lauteste und dem habe ich dann so halt einfach links und rechts inne geklatscht, sodass er sich auf den Boden gesetzt hat und dann haben wir beide eine zwei Minuten Zeitstrafe gekriegt. Das fand ich sehr gut. Und wart ihr dann, seid ihr dann auch so beste Freunde geworden danach, wie so im Fernsehen immer? Äh, nee, nee, der ist dann, der ist sitzen geblieben. Nee, ich heiße den immer noch. Nee, der ist sitzen geblieben und dann hat sich irgendwie der Kontakt verloren, weil der war mir einfach… War zu doof, sorry. Nee, wir sind nicht beste Freunde geworden, aber ich hatte mir den Respekt der Mannschaft… Ja, eben. Sozusagen der… Erschlagen. …der anderen Klasse erschlagen und zwei von denen waren dann, glaube ich, auch mit im Theaterjugendclub in der 11. und 12. Klatscht für mich oder es klatscht für dich. Ne, unter Steffen, unter Stefan. Klatscht für mich oder es klatscht bei dich. Ja. Ja. Oder wie du auf Arabisch sagen würdest, ich, du und du. Ja, genau. Ähm, und dann… Du, ich, ich, du. Du, ich, wo und du. Ja. Ähm, und also der Steffen und der Stefan, die waren dann auf jeden Fall, die waren mir dann auf jeden Fall hörig, die fanden mich dann gut. Ähm, trotzdem waren wir bei diesem Turnier die schlechteste Mannschaft und haben dann aber tatsächlich es geschafft, im letzten Spiel der Vorrunde gegen… Ne, stimmt, es war einfach nur jeder, es war einfach nur vier Mannschaften, jeder hat gegen jeden gespielt und dann gab es am Ende Gewinner. Ja, und wir hatten das letzte Spiel, wir waren die Letzten und haben gegen die Ersten gespielt und haben gewonnen. Und zwar durch zwei Mädchentore und dadurch sind die Ersten noch auf den zweiten Platz gerutscht und das war natürlich… Äh, da waren wir… Ihr habt quasi den Fehler im System euch zunutze gemacht. Wir waren, ne ja, wir waren dann nicht Erster, aber wir haben ein Spiel gewonnen und es waren quasi… Wie habt ihr das gemacht? Ihr habt die Mädchen angeschossen oder was? Wir waren quasi die Königinnen-Macher. Ne, äh, das, ne, wir hatten einfach zwei mit dabei, die konnten relativ gut Handball spielen und haben einfach… Mit den Händen aber das Tor gemacht. Und haben einfach dann… Den Ball in die Hand genommen und reingepferdelt. Ja, es war doch Handball. Ach so. Es war ein Handballturnier. Ach so, ich war immer noch bei Fußball. Das macht ja nichts. Aber das war eigentlich gar nicht, das war nur eine… Ich habe jetzt total, bin total abgeschwiffen, weil mein größter Erfolg, mein allergrößter Erfolg, ich war ja auch im Schwimmverhandel… Du hast erstmal, du wolltest deinen größten Erfolg erzählen, erzählst erstmal acht Minuten lang von einem anderen Erfolg. Ja. Ja, ich hatte halt nicht so, das waren die drei Sporterfolge. Und mein, ne, noch ein anderer Sporterfolg war als ich… Nein, ich will jetzt den erfolgreichsten Erfolg. Ne, also ein Erfolg war von mir auch noch, dass ich, dass wir in der elften, glaube ich, oder zwölften, haben wir, hatten wir ein halbes Jahr Volleyball. Ne, also wir hatten irgendwie, wir hatten ein halbes Jahr Handball, halbes Jahr Fußball, halbes Jahr Volleyball. Volleyball war ich auch gut. Und ein halbes Jahr Leichtathletik. Ja, und ich halt auch, weil es keine Kontaktsportart ist. Und man glaubt es ja nicht, ich kann doch ganz, ganz, ganz gut hochspringen. Das kann ich mir vorstellen. Und ich nicht, aber ich hatte einen passablen Aufschlag. Ja, ich auch. Richtig oben oder hast du von unten? Sowohl als auch. Sowohl als auch. Kannst du so richtige Bogenlampen? Und deswegen war ich auch einmal im Probespiel, also im Trainingsspiel, in der normalen Unterrichtsstunde, hat der Sportlehrer gesagt, so hier, der Steffen, der Stefan, der Mike und der Julius gehen auf die eine Seite. Das sind die guten. Ach so, und der ganze Rest gegen die. Und der ganze Rest auf die andere Seite. Ja, das haben wir auch mal gemacht. Das hat, das hat, das war wirklich Balsam auf meine dicke Seele. Also das war toll. Siehst du, aber so kann man die Kinder stärken. Einfach mal einen, wo man, einfach mal lügen und einen von den Schlechten mit rüberstellen und dann hast du zwei Jahre gut gemacht bei dem. Und du, ich hab mich, ich hab mich gefühlt wie Mila. Na eben, Milo. Genau. Ich hab den, ich hab den, ich hab den, ich hab den, die Sonne. Ein Dreifachangriff gemacht. Ich hab die Sonne hinterm Fujijama gesehen. Nee, ich war gut. Ich war wirklich, ich war gut im Handball. Danke, Herr Hongo. Ja. Aber mein größter Erfolg war, also es gab noch dieses eine Tischtennis-Turnier. Boah, Leute. Oh, ja, ja. Weißt du, dass ich jemanden kenne, der das Tischtennis-Turnier am Cornie Island gewonnen hat? Es gab früher immer hier in dem, wie man in der Zeitung sagen würde, linksterroristischen Szene-Treff. Ja. Oder wie ich sagen würde, einfach ein stinknormales Kulturzentrum. Gab's immer so, zwischen Weihnachten und Silvester gab's immer ein eintägiges Tischtennis-Turnier. Und wer das gewonnen hat, hat eine Jahreskarte bekommen. Und ich kenn jemanden, der hat das gewonnen. Das klingt so als. Der war wirklich so Baden-Württemberg-Champ. Und der hat die alle nass gemacht dann. Ja, das klingt aber so, als wär das so mega, also so. Und der hat dieses Turnier gewonnen. Du hast eine Jahreskarte gewonnen und da sind ganz schön krasse Konzerte und so. Da hast du bestimmt 1000 Euro gespart. Ja gut, oder man verdient halt einfach Geld und geht dann dahin. So. Ich sag's nur, André, es gibt immer verschiedene. Erzähl's bitte von deinem Erfolg. Also, ein Erfolg war noch, ich war beim Schicket-Festival in Budapest. Und ich war da mit drei Girls, mit meiner Cousine noch zwei anderen. Und ich war so ein bisschen lost, weil das sind viel zu viele Leute. Das ist alles zu laut und irgendwann war so schrecklich. Und dann hab ich aber entdeckt, dass es ein Pokerzelt gibt. Und das war mein Glück, weil dann war ich einfach die ganze Zeit pokern, während die Girls irgendwelche Boys kennengelernt haben und getanzt haben. Und ich war einfach im Pokerzelt und hab gepokert. Und dann bin ich einmal Dritter geworden. und ich hab einen Beutel gekriegt, so einen Stoffbeutel, aber so einen Billo-Stoffbeutel von, nee, das war vom Sponsor von dem Pokerzelt, von Samsung. Und da waren dann noch zwei Broschüren von Samsung drin. Das war mein Preis. Das war mein Preis des Tagesturniers, dass ich Dritter geworden bin. Hab ich das schon erzählt, dass ich beim Countryfest auch, ich bin Dritter beim Blackjack geworden und hab eine Flasche Whisky gewonnen, irgendwie mit zwölf oder so. Geil. Die haben sie dann auch, die durfte ich natürlich nicht kriegen, die haben dann meine Eltern bekommen. Na super. Aber ich hab eine Flasche Whisky gewonnen mit einem Blackjack-Turnier auf der Wasserburg in Rosslar. Okay, aber mein größter Erfolg, jetzt kommt's wirklich. Ich war ja im Schwimmverein, ne? Das für Dresden-Steinstraße. Liebe Grüße an der Stelle. Was für übelst, du bist ein übelster Vereinshopper. Ja, ja, total, weil ich ja nie so richtig mein, ich hab halt nie meinen Sport gefunden, weil, pass auf, dann kam halt, also ich war, eigentlich war ich auf dem besten Wege der Starschwimmer zu werden, im Brustbereich. Ich war sehr gut im Brustschwimmen, den Rest konnte ich nicht so gut. Aber Brustschwimmen war ich gut. Und dann hab ich mitgemacht, und das war das einzige Turnier, bei dem ich mitgemacht habe, und zwar natürlich gleich, es war einfach dumm. Ich hab beim Stausee-Schwimmen Kosse-Baude mitgemacht. Das bedeutete, also es gab zwei Kategorien, Kategorie Mann, Kategorie Frau, zuerst waren die Frauen dran, und alle Leute, alle Altersklassen haben sich auf die Treppe gestellt vom Stausee und sind ins Wasser gesprungen und sind dann etwa einen Kilometer, ein bisschen mehr, geschwommen. Ja. Und das hab ich auch gemacht, und ich stand ganz unten, weil ich eine der jüngsten Altersstufen war, und bin ins Wasser gesprungen beim Startpfiff, und dann sind halt alle auf mich draufgesprungen. Das ist echt krass. Das ist so, also die ganzen hässlichen alten Männer, ich hatte plötzlich irgendwie Füße in den Nüssen und am Kopf, und ich war dann erst mal so halb benommen. Füße in den Nüssen. Und dann, und dann, und ich war natürlich auch nicht so schnell und vor allem nicht so konditionsstark, und dann bin ich da geschwommen. Ich bin angekommen immerhin, zwei mussten aus dem Wasser rausgefischt werden, oder sogar noch mehr, glaube ich. Aber du hast dich halt an denen festgehalten. Aber zwei aus meiner Altersstufe, genau. Ich bin dann irgendwann über die drüber gesprungen. Einfach so. Hab die als Bojen benutzt. Das wär geil, wenn du gewartet hättest, bis alle ins Wasser gesprungen sind, und dann wärst du auf den Rücken rüber gehüpft. Ja, aber das wäre nicht regelkonform gewesen. Ich hab's auf jeden Fall geschafft. Das weiß doch gar keiner. Ich hab, doch. Das ist ein Präzedenzfall, Julius. Das wird nicht, dieses Ding wird nicht von blinden Schiedsrichtern gemacht. Aber es sagt doch keiner, dass ich nicht auch, wenn sich die Möglichkeit bietet, über die Leute drüber springen kann. Ja, okay, gut. Mein Fehler. Ich hätte doch gewinnen können. Eben, mal ein bisschen kreativ sein. Jedenfalls am Ende war ich sowas wie 98. von 100 oder von 105. Und in meiner Altersklasse war ich 12. von 14. Aber die zwei nach mir sind halt aus dem Wasser gesprischt worden. Es war einfach, Sport war meine Sache nicht. Ich fand's immer geil. Ich liebe ja Mannschaftssportarten. Ich find das total toll. Aber ich bin halt einfach, ich hab dafür einfach immer zu viele Kilos drauf gehabt, um das mal professionell durchzuziehen. Aber das, Julius, es sei dir verziehen, dass du kein Profisportler geworden bist. Ich war so kurz davor. Na, ideell. Also im Kopf warst du ja quasi schon wirklich kurz davor. Ich hab immer, wenn ich so mit meinem einen Kumpel gespielt hab, vom Chor, ich war auch noch im Chor. Ja, logisch. Und natürlich. Und das war der Chor in meiner, in meinem ersten Gymnasium. Da war ich eigentlich nur zwei Jahre. Erzähl von dem Kumpel. Nee, der Kumpel, der hatte eine Hasenscharte und hieß tatsächlich auch André. Der war cool. Der war super cool. Und ich weiß auch nicht, warum ich die Hasenscharte, ich erinnere mich immer noch, dass er halt ein bisschen so geredet hat und das fand ich lustig, weil das hat seinen Soli im Chor immer so eine Yandy Leigh-Vibe gegeben. Irgendwie. Irgendwann. Nee, er hat dann immer so, wer will fleißige Handwerke sehen? Und irgendwann ist dann draußen so Yandy Leigh vorbeigegangen und hat gedacht, Alter, das ist es, so muss ich es machen. Genau, Yandy Leigh dachte sich, hä, das ist der üblich geiles. Und André Leigh ist jetzt, ist jetzt Hartz-IV-Empfänger, weil Yandy Leigh ihm das geklaut hat. Liebe Grüße an der Stelle an André Leigh. Ich habe auf jeden Fall dann immer mit dem Fußball gespielt, weil die Chorprobe war immer erst so was wie 16 Uhr und ich konnte nicht noch mal nach Hause gehen, weil ich dann halt... Deswegen warst du vorher noch in einem anderen Verein. Nein, wir haben dann, nein, nein, ich war bei einem anderen Chor einfach. Nein, wir haben dann immer Fußball gespielt und ich erinnere mich wie heute, wie ich dann immer auf ihn zugerannt bin und mich selbst immer kommentiert habe. Und Fischer läuft, Fischer läuft, Fischer dribbelt durchs Mittelfeld. Und er hat immer gesagt, können wir nicht auch mal einfach normal spielen? Ja, hat er. Ne, der fand es gut, der fand es super, dass ich das kommentiert habe. Schade, dass ich den Kontakt zu ihm verloren habe vor 20 Jahren. Ach, das war eine tolle Zeit. Wo wir gerade beim Bowling waren, mir ist irgendwie noch was eingefallen. Was so richtig nervig ist, wenn du da bist und neben dir, also mittlerweile ist ja da, immer ganz viel Platz zwischendurch, aber trotzdem ist ja im weiteren Sinne jemand neben dir. Und da waren auch wieder so richtig nervige Leute und das hasse ich, wenn so Leute, bei denen man merkt, dass sie überhaupt keine Ahnung haben, anfangen, diesen anderen Leuten, mit denen sie zusammen sind, Bowling zu erklären, wie man es angeblich richtig macht. Ja, du musst so, musst du so halten, dann musst du mit dem Handrücken nach vorne und dann so aus dem Handgelenk abrollen. Und dann denkst du, nein, das ist einfach Quatsch, was du machst. Ja, problematisch. Und dann erklären sie immer, wie man irgendwie Kugeln anschnibbelt. Wenn du schnibbelst, machst du alles falsch. Ja, wenn du schnibbelst, hast du bald einen gebrochenen Finger. Ich hasse das. Das ist wirklich so eine Opis, wo man merkt irgendwie, krass, du kriegst einfach wirklich zu wenig Aufmerksamkeit und deshalb musst du es überall rauslassen. Aber lass doch den Opis ihren Enkeln was erklären. Ich meine, woher sollen es Nee, es waren ja nicht mal Enkel, das waren ja irgendwie irgendwelche fremden Opis, mit denen er da zusammen war. Hä, wieso war der denn? Nee, da kann doch einfach mal einer sagen, da kann, ne, von seinen Kumpels und anderen Muttiester. Wieso war denn dein Kumpel mit fremden Opis zusammen? Da kann doch mal jemand sagen, Jörg, halt's Maul. Das stimmt alles nicht. Du musst dich ja nicht beweisen, wir wollen ja nur einen schönen Nachmittag verbringen. Du kannst doch jetzt aufhören zu erzählen, dass du eigentlich immer über 100 bohlst, obwohl du jetzt gerade 46 hast. Ja, aber du wirst doch, du glaubst doch nicht tatsächlich, dass das irgendjemand tut, du glaubst doch nicht. Also ich meine. Ich fände es gut, wenn es jemand machen würde. Ja, es wäre total toll. Ich wäre gerne die Person, die das wäre. Du hast fünf Minuten Stress und wahrscheinlich zehn Leute, die dich mögen, weniger, aber an sich ist ganz geil zu sagen, Jörg, halt die Fresse. Ich bin auch für mehr Real Talk. Total. Das ist voll gut. Nichts bringt, es bringt es ja auch nichts an sich danach über den im Freundeskreis so ein bisschen lustig zu machen. Oh, der Jörg, der hat wieder, oder hier, der Onkel Heinz, der hat wieder Quatsch gemacht. Oh, nee. Anstatt, dass man einfach mal sagt, du benimmst dich wie Scheiße. Du nervst, du kannst nicht mal bullen. Du bullst mit dem Handrücken nach vorne, du rollst es so komisch ab, sieht peinlich aus. Ja, das ist kein Kegel. Ja, Jörg. Ja, hieß der Jörg tatsächlich? Weiß ich nicht, wie der hieß. Sah aus wie Jörg. Das ist für dich ein Jörg? So Leute mit Glatze und so einer rahmenlosen Brille, aber nur unten rahmenlos und oben ein Rahmen, das ist für mich und dann so ein bisschen Dreitagebart, aber in Grau, das ist klassischer Jörg. Könnte es auch ein Ansgar sein? Nee, Ansgar ist zu West-Namen. Ah, okay, verstehe. Würde ich, es ist in meinem Gefühl. Ja. Weißt du? Ja, ja. Also es ist schon Jörg, so jemand, der nach der Wende doch noch irgendwie so Architekt geworden ist, aber halt Architekt für Scheißhäuser. Keine Ahnung. Ja, genau, so für Lauben oder so. Ja. Also so, wo es halt nicht cool ist. Ja. Sie dürfen bei uns in der Architekturfirma den Boden planen. Genau. Gut. Genau, Jörg. Ja. Das ist eine Aufgabe für dich. Ja. Da sehe ich dich drin, Jörg, im Boden. Grau. Ja. Du darfst nur Grau verbauen, Jörg. Na gut. Aber dann darf ich wenigstens Bowling spielen am Wochenende und dann allen alles erklären. Na klar, Jörg. Sag mal, André, was ist denn jetzt los mit deinem Hals? Willst du mal was trinken? Nee, alles gut. Ja, ich habe mir schon was aufgemacht. Aber dann trink doch jetzt mal einen Schluck und ich erzähle in der Zwischenzeit weiter von meinem eigentlich größten sportlichen Erfolg der Welt. Nee, habe ich vergessen, tatsächlich. Ich habe eine Frage und zwar ist mir etwas passiert und ich brauche Ratschlag, wie man damit umgeht. Und zwar, wie erkläre ich das? Ich wurde, ich war im Supermarkt und man muss ja im Supermarkt Masken tragen und darüber wollen wir nicht reden. Ich stehe da also an und ist überhaupt, also alles ganz normal und dann sagt von hinten jemand, so eine Frau zu mir von wegen, ah, darf ich mal kurz durch? Ich habe noch was vergessen. Und dann sage ich so, ja klar, auf jeden Fall, geh so ein Stück beiseite und merke, ah krass, das ist die Großmutter meiner Freundin. Also nicht die Großmutter meiner Freundin, sondern es ist die Mutter ihrer Stiefmutter, was die Situation im Supermarkt jetzt nicht so viel einfacher macht und ich habe es ja wie gesagt zuerst nicht bemerkt und dann ist sie halt vorbeigegangen und dann war es irgendwie schon zu spät, es aufzudröseln. Vor allen Dingen, weil ich gar nicht weiß, in welcher Beziehung wir zueinander stehen. Ich sehe die quasi zweimal im Jahr und ich kann ja nicht einfach hingehen und kann sagen so, hallo, sie haben mich nicht erkannt, ich bin übrigens der Freund der Stieftochter ihrer Tochter. Siehst du sie sonst auch? Das weiß ich halt nicht. Ich weiß nicht mal, ob wir uns duzen oder siezen. Habt ihr euch noch nie unterhalten? Doch, aber dann rede ich immer unpersönlich und sage sowas wie, na, hier noch Kartoffelsalat. Man könnte jetzt noch mal Wein nachschenken. Genau. Hier noch jemand ein Weinchen. Also, ich glaube, es wäre wie immer viel einfacher, es einfach zu sagen von wegen, ey, nicht erkannt, alles gut. Aber ich kann mir jetzt auch nicht die Maske vom Gesicht nehmen, weil ich glaube, wenn ich einfach gesagt hätte von wegen, hallo, jetzt habe ich dich, sie gar nicht erkannt. Da wärst du sofort. Dann hätte sie mich angeguckt, dann hätte sie mich einfach nicht erkannt, glaube ich, weil mit der Maske sehe ich echt furchtbar aus. Ja, dann hättest du sagen können, hallo, gibt es hier etwa gar keine Erkennung? Also erstmal unpersönlich bleiben natürlich, damit sie, weil das hat sie sich wahrscheinlich schon gemerkt, dass du eher so ein Typ bist, du sprichst die Leute nicht gerne direkt an. Ich mag die total, das ist ja das Problem, ich finde die total lustig, wir haben uns auch immer ganz nett unterhalten, aber anscheinend noch nie die Basics geklärt. Ich glaube, also ich glaube, entweder du spielst ihr jetzt das vor. Ich hoffe, sie hört nicht den Podcast. Naja, also entweder du, doch, wenn doch dann, hallo, ich möchte dir das du anbieten. Ich glaube, ansonsten ist es so, welchen Gewinn würdest du jetzt daraus haben, wenn du ihr das nächste Mal, wenn du sie triffst in einem halben Jahr, wenn du ihr dann nochmal von der Geschichte erzählst? Weißt du, ich habe dann auch extra nur nach vorne geguckt, also dann stand sie ja wieder hinter mir und beim Bezahlen ist es total weird, weil man dreht sich ja sonst noch so ein bisschen ein. Und du hast dann immer so hinter dir nach hinten so gegriffen? Genau, ich habe alles, also ich habe nach vorne geguckt und habe dann immer so alles nach rechts einfach nur so hingehalten. Habe so die Karte reingesteckt, habe einfach versucht, rechts so die Zahlen zu treffen von dem Eingabepad, von der Karte. Habe mein Zeug so nach vorne eingepackt, damit ich nicht nach hinten gucken muss. Es war ganz, war ganz, ganz peinlich. Also ich kann, ich kann, ich hätte nie gedacht, dass ich so etwas jemals sagen würde, aber da die Situation verstrichen ist, ohne dass du sie aufgelöst hast, hättest du keiner Menschenseele davon erzählen dürfen. Du hättest dieses Geheimnis mit ins Grab nehmen sollen. Ich weiß. Und dass ich das sage, bedeutet viel, weil ich erzähle immer alles. Ich weiß und ich wette, sie hat es auch gar nicht mitbekommen. Das heißt, es wäre einfach verpufft. Du und ich, wir gehören zu den Menschen, glaube ich, die relativ schnell andere Leute, die sie kennen, erkennen. Ich glaube, wir haben eine relativ hohe Auffassungsgabe und ein Gesichtergedächtnis. Aber mein Problem ist, ich kenne dann auch manchmal die Namen einfach nicht dazu. Ja, 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 ich weiß. Das ist ganz schlimm. Ja, ja. Und mein, also mein, mein Gedanke war früher auch immer, oh, jetzt schnell irgendwie umdrehen oder vielleicht unkenntlich machen, was auch immer. ich glaube, jetzt so, wo es in meinem Leben einfach wichtigere Dinge gibt, würde ich immer sagen, einfach anlabern. Einfach sagen, hier, na. Naja, naja, Julius, ich bin mal, ich bin mal irgendwann nachts, also es gibt hier so ein Späti in der Nähe und da bin ich eigentlich, also ein, zweimal die Woche auf jeden Fall und der Typ erkennt mich auch auf jeden Fall. Der weiß, also der weiß zumindest von wegen, ah, der kommt zu. Und da war ein anderer Verkäufer und du hast aber so, nein, 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 das Ding war, ich kam abends von irgendwo her, auch mit meiner Freundin, laufen da so lang und dann saß der mit ein paar Kumpels vor seinem Späti, der war schon zu und die haben halt irgendwie noch gesoffen und die waren aber schon gut dabei und dann bin ich so vorbeigelaufen und merkst du, wie sie mich angucken und ich sag dann so, hey, na? und die ganzen fünf Leute gucken mich so an, also wer bist du denn? Was ist denn los mit dir? Dann gehen wir um die Ecke und sag mal meine Freundin von wegen, wieso grüßt denn du die? Kennst du die? Und ich dachte so, ey, Leute, was ist denn jetzt das Problem? Ich war doch nur freundlich zu dem. Also deswegen so, wie man es macht, macht man es verkehrt. Ich hab mich dann auch erstmal eine Woche nicht mehr hingetraut und dann hab ich aber auch gedacht von wegen so, ach, scheiß drauf, ist doch egal, ich hab nur gegrüßt, Leute, kommt drüber und weg. Ja, also hättest du dir jetzt irgendwie dem in die Fresse gehauen, weil du das sonst immer so machst, dann wäre es irgendwie weird gewesen, aber, weißt du? Ich wette, die haben das auch nach zehn Minuten wieder vergessen, aber ich denke darüber noch nach. Du, die haben das nach einer Minute vergessen. Ja, ja, ich weiß. Die haben dann gesagt von wegen, kennst du den? Und so, nee. Das ist für ein Vogel. Genau. Ich will aber nicht, dass die denken, ich bin ein Vogel. Aber hast du deine Maske auf? Nee. Okay. Hast du sonst immer, vielleicht kennt er dich nur mit Maske, er kennt dich nur mit Maske. Nee, ich hab da ein bisschen Angst davor, weil der eine, der guckt immer, der guckt immer, der guckt immer Stand-up 3000 Videos. Ich hab immer Angst, dass ich irgendwann reinkomme und dann läuft ein Video von mir, dann geh ich wieder. Warum? Weil ich die Konfrontation nicht möchte. Ja, schieß doch aber nichts in den Äther, zu dem du nicht stehen kannst, André. Ich kann dazu stehen, aber vielleicht steht er nicht drauf. Ja, und? Ist doch egal. Das möchte ich nicht. Ja, dann ist ja, dann ist ja eine von wenigen Personen, die das nicht gut finden. Vielleicht hat er sogar, wenn er wirklich nicht drauf steht und aber ansonsten ein Experte ist, weil er schon so viele von diesen Videos geguckt hat. Vielleicht hat er sogar noch einige pfiffige Hinweise. Vielleicht kann er dir sagen, pass mal auf, immer wenn du nachdenkst, dann geht dein Blick so nach oben und also immer wenn du nach dem nächsten Blick suchst. Genau, weil er ja so ein krasser Konnoisseur ist, der kennt sich ja natürlich vor allem. und das ist, also ich würde sagen, das kann dir nur helfen, weil du bist am Anfang deiner, du bist am Anfang deiner noch jungen Stand-Up-Karriere. Dir wird es gut tun, wenn Konnoisseure, wenn Konnoisseure sagen, nee, lass. Übrigens gestern, also heute ist Dienstag, morgen kommt neues Video von mir auf meinem YouTube-Kanal, youtube.com slash André Hauern. Ja, wo warst du denn da? Du warst irgendwo in irgendeiner Wohnung. Wo warst du denn da? Lass mich mal kurz noch, erzähl ich dir gleich. Aber ich meine, was erwartest du denn von mir, dass ich da so überdacht an die ganze Situation rangehe? Ich habe eine Dönerkarte, die voll ist und löse sie nicht ein, weil es mir peinlich ist. Also ich habe das schon mal gemacht, so zwei volle Dönerkarten eingelöst, aber dann gebe ich halt plötzlich fünf Euro Trinkgeld. Oder beim Friseur, da hatte ich das auch schon mal, meine Karte voll. Und dann gebe ich halt noch mal so viel Trinkgeld, weil mir das unangenehm ist. Dann muss ich fragen, warum willst du denn überhaupt sowas machen? Will ich auch gar nicht, aber die geben mir die Karte und dann kann ich nicht sagen, dass ich sie nicht will. Ich meine doch nicht das Dönerding. Ich meine, warum willst du denn überhaupt Stand-Up machen, wenn du eigentlich am allerliebsten nur zu Hause sein möchtest, um was zu bestellen? Nein, das stimmt ja nur auch nicht. Ich habe es natürlich bewusst fast nicht überzeichnet. Ich will ja nur, dass ich da die Tür aufmache und dann sagt er, da ist er, wie geil ist das denn? So, das möchte ich. Das willst du? Nein. Du willst erkannt werden von allen und Riesenfame? Das ist doch auch scheiße. Naja, also ich bin noch nicht so weit. Weißt du noch, als wir die Brillen basteln lassen waren und dann festgestellt wurde, dass ich eigentlich eine mit Stärke brauche und es dann hieß, naja, Geste, so unangenehm war, da einen kostenlosen Sehtest zu machen in so einer Filiale da und ich habe mich da nicht getraut, aber dann habe ich halt, hat der Max einen sehr guten Tipp gesagt. Weißt du den noch? Man muss immer den Umsatz der Firma googeln. Ja. Dann habe ich den Umsatz der Firma gegoogelt und der ist so hoch, dass ich dachte, von wegen, scheißegal, ich trinke da jetzt auch noch einen Kakao auf deren Kosten. Deswegen klaue ich ja auch im Supermarkt, weil die haben ja einen mega hohen Umsatz. Deswegen klaue ich Autos. Ja. Weil meine Mercedes, ja. Aber, muss man auch sagen, nie jetzt bei sowas wie Tesla. Ich klaue ja nicht. Ich nutze nur ein Angebot, was sie kostenlos zur Verfügung stellen, ohne dass es mir peinlich ist. Ja, das ist so lustig. Das ist einfach, das ist so ein krasses First-World-Problem. Nee, das ist nicht First-World. Ich glaube, das ist einfach, ich weiß nicht, woher es kommt. Nee, es ist nicht mal menschlich, es ist einfach dumm. Warum ist mir das denn peinlich? Was weiß ich? Ich muss mir auch wirklich einreden, bei sowas, dass ich ein Recht habe, da hinzugehen. Ja, mir geht es doch genauso. Ich habe tatsächlich, oh, in dem Kontext, interessante, interessante, also, weil ich bin ähnlich wie du. Weißt du, wie oft ich ums Fitnessstudium rumgeschlichen bin, bis ich dachte von wegen, ich habe da, wenn ich da Geld bezahle, habe ich da auch ein Recht, quasi mich da anzumelden, da hinzugehen. Ja, ja klar. Und ein sehr spannender Punkt, den du da gerade ansprichst, weil ich bin nämlich in einem Fitnessstudio. Ja, du bist ja im Rentner Fitnessstudio. Ja, aber der Punkt ist, ich habe schon im März gesagt, vor allem, weil der, die, die selbstgewirrte Quarantäne anfing, ich habe schon im März gesagt, also denen geschrieben, ich möchte aus dem Vertrag raus. Was muss ich machen? Und deren einzige Antwort war, das ist aber schade, dass du aus dem Vertrag raus willst und nichts dazu. Und dann, und dann haben die, dann haben die das Ding zugemacht für zwei Monate und haben gesagt, das wird euch verrechnet. Wurde es bisher nicht, wurde einfach weiter abgebucht. Und dann habe ich jetzt im September nochmal gesagt, habe ich nochmal eine Mail geschrieben und angerufen, ich möchte jetzt, ich möchte aus dem Vertrag raus. Was ist los? Und dann wurde ich nochmal angerufen, zweimal von irgendwelchen Leuten, die dann gesagt haben, das ist schade, dass du aus dem Vertrag raus willst. Und vor allem, dein Vertrag läuft jetzt noch bis 5.7.2021. Ja, geil. Ja, weißt du? Aber kannst du da nichts sagen, ich habe doch schon gekündigt im März. Lass mich ausreden, exakt. Das ist nämlich genau der Punkt. Ich habe dann, ich war dann am Telefon so, ja, nee, nee, okay, dann nicht. Okay, dann, ich würde noch bis 22 bezahlen. Nee, nee, da habe ich gesagt, ich habe tatsächlich gesagt, sowas wie, na gut, okay, dann komme ich vielleicht dann einfach doch nochmal ein paar Mal zum Trainieren vorbei. Dann hat der Typ nochmal gesagt, und dann unterhalten wir uns nochmal nächstes Jahr, wenn es dann vorbei ist, ob du wirklich aufhören willst. Da habe ich dann aber, das war dann, da hat sich dann bei mir Widerstand geregt, weil ich mir dachte, okay, ich habe euch jetzt dreimal, fünfmal erzählt, dass ich keinen Bock mehr habe, zu euch zu gehen. Ich habe mir geile Ausflüchte ausgedacht, warum ich das nicht möchte. Also kommen wir nicht. Dafür bezahlen und sich dann noch entschuldigen. Komm, es ist so krass, das ist so krass, das ist so ein krasser André-Move eigentlich und es hat mich wirklich aufgeregt und Freunde waren da, als ich da telefoniert habe und haben irgendwie mich schon so angeguckt, wie, bist du bescheuert? Kannst du nicht einfach so irgendjemanden, der mit dir eine Meinungsumfrage machen will, kannst du dem nicht einfach sagen, jetzt fuck you, ich habe ein eigenes Leben und dann habe ich denen das Problem dargelegt. Ich bewundere solche Leute. Ja, ich auch und ich habe denen das Problem dargelegt und die haben gesagt, hä, wieso, kündige doch einfach, bezahl denen einfach nichts mehr und sag, dass du das Geld, dass du das Geld rückwirkend zurückhaben willst. Das sind für mich Magier, solche Menschen. Aber soll ich dir was sagen, André? Ich habe das jetzt gemacht. Und dann ist man sehr, sehr stolz. Dann denkt man, ich habe mein Leben voll unter Kontrolle. Ich habe noch keine, ich habe noch keine Reaktion bekommen darauf, aber ich habe das jetzt gemacht, weil, ja, also eigentlich ist das, eigentlich ist natürlich das Recht auf meiner Seite, weil ich habe bereits im März den Kündigungswunsch ausgesprochen, ob ich da jetzt nochmal denen ein unterschriebenes Dokument schicke, wo draufsteht, ich kündige Julius Fischer, ist ja wurscht. Ja. So, und mal gucken, was die machen. Ich habe die, ich bin sehr gespannt. Ach, die werden dich einfach kündigen lassen. Hoffentlich. Das passt schon. Aber ist das, also ich wollte damit nur sagen, auch wenn ich das jetzt gerade als First-World-Problem benannt habe, weil ich glaube, wenn du dir über so eine Scheiße keine Gedanken machen musst, weil du, also das ist ein Totschlag-Argument, aber weil du ganz andere Probleme hast, dann musst du nicht vor deiner eigenen Höflichkeit sozusagen in die Knie gehen und ich habe es jetzt einmal, habe ich den Kreislauf durchbrochen, diesen, diesen, dass ich, dass ich immer starken Positionen gegenüber so mega einknicke. Das habe ich jetzt einmal durchbrochen. Und mal gucken, ob es für mein restliches Leben, ob das auf mein restliches Leben abfärbt, ich glaube eher nicht. Wo denn? Ach so, bei dem, beim Fitnessstudio. Genau, beim Fitnessstudio. Naja. Na, ich fühle mich ja dann auch manchmal ganz schön schlecht, weil man, also, manchmal können die Leute ja auch nichts dafür. Und dann, Ja gut, aber wenn der mich noch dreimal, wenn der noch dreimal sagt, aber wollen wir da nochmal telefonieren? Also sorry, aber das ist dann einfach nur Vertretermentalität, da habe ich keinen Bock drauf. Ja eben, auf jeden Fall. Aber klar, an sich können, der kann nichts dafür, dass ich diesen Vertrag gemacht habe und dass die, dass die Sachen da so, also dass das halt so ist. Aber die hätten mir einfach auch im März sagen können, dein Vertrag läuft gerade bis Juli, bis dahin musst du kündigen. Ja. Hätten sie auch einfach machen können. Hätten sie machen können. Anstatt nichts zu sagen, anstatt nicht darauf zu reagieren, nur zu sagen, also sie haben ja darauf reagiert, sie haben ja gesagt, schade, dass du kündigen willst. Das heißt, sie haben die Kündigung auch eigentlich schon angenommen. Anerkannt, ja. Boom, ich bin so eine geile Argumentation. Lawyard. Ja. So, liebe Zeredis, schön, dass ihr uns zuhört. Ihr dürft uns gern abonnieren auf jeder Podcast-Plattform, die ihr möchtet, auf Spotify, Apple Podcasts, was weiß ich wo. Ansonsten, schreibt uns doch mal bei Apple Podcasts in die Kommentare, aus welchem Vertrag ihr noch austreten müsst. Ich mach das dann für euch. Genau, Julius macht das dann für euch. Ihr schreibt einfach rein, mein Fitnessstudio, mein Kegelverein und dann klärt das Julius für euch. Das ist überhaupt kein Problem. Schreibt einfach da in die Rezensionen oder Kommentare oder wie auch immer man es nennt. Wenn ihr uns schreiben wollt, schreibt uns einfach an post at teamtotalezerredung.de Vielleicht reden wir drüber. Schaut auf dem Discord-Server vorbei, discord.teamtotalezerredung.de Da wird gerade mal ganz viel Mario Kart gefahren, habe ich gehört. Außerdem, die schwarzen Beanies im Shop sind ausverkauft. Es bleiben noch graue und dunkelblaue. Unter shop.teamtotalezerredung.de schaut da auch gern mal vorbei. Und ja, dann gucken wir mal, was uns so Leute geschrieben haben. Auf dem Discord-Server zum Beispiel hat letzte Woche schon der Flozen oder Flozen, ich glaube eher Flozen, geschrieben, Moin, als gebürtiger Rendsburger möchte ich kurz festhalten, so geil wie André glaubt, ist es hier nicht. Klar, die Mentalität ist die beste der Welt. Werde nie darauf klarkommen, wenn einen in Köln fremde Menschen an der Bushaltestelle vollsabbeln und die Brücke rockt. Aber es gibt eben viel Dorf drumherum und das sind oft nicht die progressivsten Leute. In der einzigen Disco der Stadt liefen früher zumindest bin 1687 geboren, ab 2 Uhr gerne mal Onkels und Schlägerei waren normal. Also Zeredis, bevor er einen Umzug plant, denkt bei einem Spaziergang durch die tote Innenstadt nochmal in Ruhe drüber nach. Das Ding ist, dann hat er danach noch geschrieben, als dann jemand meinte irgendwie von wegen, ah, du bist also unser ältester Zeredi. Dann hat er geschrieben, oh, da habe ich mich wohl um 300 Jahre vertan. Das kann ja wohl jedem mal passieren. Das ist jetzt irgendwie der neue Diss, dass ich immer, dass jetzt alle Jahreszahlen immer 300 Jahre verschoben sind, nur weil ich mich da einmal geirrt habe. Ja, Vielen Dank, Leute. Vielen Dank. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, warum du da jammerst. Sorry. Also das ist, steh doch einfach zu deinen Taten. Es ist einfach nur auf leichte Ziele einprügeln, Leute. Ja. Ja. Ist es. Also wirklich. Ich habe hier, ich habe tatsächlich über Instagram und jetzt auch nochmal über Mail ein wunderbares Bild bekommen. ein, also es ist, es ist noch nicht mal ein Comic, sieht fast aus wie so eine Mittelalterzeichnung, wo wir schon gerade bei Andres Zeitrechnung sind. Nämlich von, aus dem Jahr 1200. Julia hat, Julia hat in ihrem Skriptorum Grafiken erstellt von Miraculix und Andront und die sind, die sind, die sind wirklich ganz fantastisch geworden. Also ich finde Miraculix sehr gut. Allerdings kritisiert Julia gleichzeitig auch die Soundqualität unserer Jingles und da muss ich sagen, WTF, Julia. Erstens zu Recht, natürlich ist die Scheiße, ich spiele es ja auch immer vor dem Mikro hier ab. Tatsächlich bin ich einfach zu faul, obwohl André mich schon sehr, sehr häufig darauf hingewiesen hat, was das mal machen soll. Danke, 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 dass das mal kommt. Selbstverständlich. Das liegt einzig und allein an meiner Faulheit. Ich habe keine Lust, die im iPad aufzunehmen, dann runter, dann sozusagen zu einer Wave-Datei zu machen und zu André zu schicken, nur damit ihr eine geile Soundqualität habt. Das ist, das gebe ich ganz offen zu, da ist mir meine Zeit, ich habe einfach keine Zeit dafür. Ich bin nicht zu faul, ich habe einfach wirklich keine Zeit. Das sind die fünf Minuten, die ich nicht sparen kann. Also entweder, ich mache jetzt einen wunderschönen Sound-mäßig geilen Jingle, aber dann ist es immer derselbe, weil die fünf Minuten, die ich brauche, um ihn runterzuladen, sind die, die ich normalerweise brauche, um ihn zu erstellen, wenn ihr versteht, was ich meine. Nein. Also mit anderen Worten, ich habe den Hinweis verstanden und mit knirschenden Zähnen, sage ich mal, werde ich Besserung geloben und dann halt ab Folge 106 auch mal vielleicht das Ding vorher erstellen. Okay? Arschlöcher. Hypocrisy oder Hypocrisy? Ich glaube eher Hypocrisy. Er hat geschrieben, an Bayern weiterer Vorschlag für den Herrmann. Beim Einkaufen schon während des Scan-Vorgangs alles wegpacken, dann bezahlen und dann sofort verschwinden. Nicht erst bezahlen und dann gemütlich überlegen, wie man alles Tetris gleich in der Tüte verstaut, während hinter einem die Leute mit den Hufen scharren und den Mindestabstand vergessen. Das ist doch Common Knowledge, oder? Also ich nehme es gern auf, aber ist auch... Ja, warte, ich habe tatsächlich gerade, ich habe schon in der nächsten Mail rumgesteuert, deswegen habe ich es nicht ganz... Das ist einfach, das kommt in den Herrmann, oder was? Ja. Also es ist ein Vorschlag für den Herrmann. Dass man die Sachen einfach in den Beutel wirft oder in den Korb und dann... Ja, schon während des Kassier-Vorgangs, weißt du, während des... Ja, das ist ja normal, aber was ist denn, wenn du einen Rieseneinkauf hast? Ich zum Beispiel, wenn ich dann mal für so eine Woche einkaufe... Ja, legst du es in den... Ja, ich weiß, aber mein Einkauf bedeutet, ich kaufe meistens so viel ein, weil ich in einer Überflussgesellschaft lebe, dass das Band nicht ausreicht. Also ich packe dann Sachen aufs Band, dann gehe ich nach vorne, packe die ersten Sachen sozusagen vorne so ein bisschen zusammen, dann gehe ich wieder zurück, lege die restlichen Sachen aufs Band, dann gehe ich mit dem Wagen durch und fange an, die Sachen in den Wagen einzustapeln. Also ich versuche das schon schnell zu machen, aber es dauert trotzdem dann meistens zehn Minuten, bis mein Verkaufsvorgang durch ist. Aber andererseits zeigt ja auch das volle Band und auch mein Blick den Leuten, die sich hinter mir anstellen wollen, dass sie das nicht tun sollten, weil sie sonst sehr, sehr lange warten müssen. Aber ja, eigentlich ist es common, also wenn ich einen kleinen Einkauf mache, dann mache ich es exakt so. Ich werfe es halt schon beim Kassieren einfach in die Tüte und gucke, dass ich nicht die Eier ganz unten hinlege. Aber die Leute sind halt so, dass sie einem auf die Pelle rücken. Natürlich, ja. So ist es halt leider. Hier, ich habe Laura Marie schreibt, ich weiß gar nicht, ob sie Laura Marie genannt werden möchte, aber sie hat mit Laura unterschrieben. Entschuldigung, Laura, ich hoffe, du hast deinen Nachnamen nicht. Andererseits hast du ihn auch in deine E-Mail-Adresse reingepackt. Lieber André, lieber Julius, in der letzten Folge habt ihr kurz über Mozart und dessen doch eher simplen Humor geredet. Darauf sagt die Julius, dass der kleine Herr Dings des Öfteren singt und danach über seinen eigenen Furz lacht und deshalb wohl der nächste Mozart werden könnte. Ich denke, das ist gar nicht mal so weit hergeholt. Nach dem, was heute so überliefert ist, zu urteilen, war Mozart ein ausgesprochener Konnoisseur des Fäkalhumors, der sich besonders für Themenbereiche wie Scheiße, Arsch und Furz interessierte. Hier zur Veranschaulichung ein Auszug aus dem Liedtext von Mozarts Kanon in A-Dur, Köchelverzeichnis 561. Good night, good night, heute müssen wir noch weit. Gute Nacht, gute Nacht, scheiß ins Bett, dass es kracht. Gute Nacht, gute Nacht, schlaf feig gesund und reck den Arsch zum Mund. Alter. Pass auf euch auf. Und das kleine Nachwuchsmusikgenie auch. PS, ja, ich habe eine AOL-Mail-Adresse, aber ich schwöre, ich bin nicht 50 Jahre alt. Alter, ey, was für ein Schwein, der Mozart. Ja. die Slytherin-Steffi hat was geschrieben, was ich witzig fand. Moin ihr beiden, ich habe da mal was zur Diskussion für euch. Ich war am Wochenende bei einer Veranstaltung und habe circa eine halbe Stunde vor Showbeginn noch einmal Luft geschnappt. Da fiel mir eine Gruppe von vier Personen auf, ihren Gesprächsinhalten nach allesamt im künstlerischen Bereich tätig, in der einer meinte, er habe zwar kein Ticket, aber das würde sich schon klären, er kennt den Act und würde das regeln. Eigentlich war ausverkauft, kurz darauf telefonierte dieser Mensch mit dem Künstler, er sagte dessen Namen ganz unangenehm laut, als er ans Telefon ging und erklärte kurz die Sachlage. Wenig später legte er triumphierend auf und verkündete, XY regelt das. Die Gruppe ging dann auch, ohne vorher noch mal zur Kasse zu gehen, einfach rein. Meine Frage an euch, ist das legitim, sich einfach so in Veranstaltungen von Bekannten reinzuschnorren, denn offensichtlich floss da nicht noch mal Geld und wir reden hier nicht von einem moderaten Ticketpreis à la Lesebühne. Und vor allem ist es in der aktuellen Situation der Veranstaltungsstätten wirklich elegant, sowas zu machen. Ich war tatsächlich mittelschwer empört. Was sagt ihr dazu? Da hustet André erst mal. Das ist, glaube ich, die adäquate Antwort. Ich wollte halt rein, Steffi. Ja. Also, ja. Wenn ich den halt kenne, dann rufe ich da halt kurz an. Es ist ja nett, dass du uns versuchst zu schützen und mein Name ist nicht XY, ich heiße Julius. Julius Fischer. Also ich glaube, dazu gibt es, also ja, natürlich ist es legitim, wenn man befreundet ist mit dem Künstler oder der Künstlerin, einfach durchzurufen und zu fragen, ob man vorbeikommen kann. In der Regel macht man das aber nicht, weil man sich spontan entschieden hat, großmaulig vor der Veranstaltung, sondern dann klärt man das halt ein, zwei Tage vorher und schreibt denen eine Nachricht und dann sagen die ja, klar, komm doch rein, komm doch am besten zum Backstage rein. Und was die Veranstaltungshäuser angeht, die haben schon immer in ihrem Hygienekonzept noch einen Puffer für sowas eigentlich in der Regel. Manchmal wissen die es auch nicht. Also es kommt natürlich auch auf die Künstler an. Wenn die Künstler eh schon Arschlöcher sind oder die Künstlerin, dann kann das Veranstaltungshaus auch nicht so viel machen. Also ich weiß, also ich finde es auch unangenehm. Also ich finde nicht Gästeliste grundsätzlich unangenehm, aber es hat sich doch, aber dieser Hang dazu, sich dann so aufzuspielen, das ist natürlich super unangenehm. Also ich finde es total okay, dass also quasi, wenn Freunde oder befreundete Leute oder so, also wenn man weiß, dass es eine Gästeliste gibt, die es auch immer gibt und ich lasse immer gern Leute auch rein, wenn sie mich rechtzeitig fragen. Einen Tag vorher mache ich das sehr, sehr ungern, am gleichen Tag noch viel weniger, aber wenn das irgendwie kurz, wenn das ein bisschen vorher kommt, ist das überhaupt kein Problem. Ruiniert man damit die Veranstaltungsstätten? Jein. Also man könnte natürlich einfach ein Ticket kaufen und damit die Veranstaltungs... Ja, ja, eben. Deswegen, das wollte ich sagen. Es war ja eh ausverkauft, insofern ruinierst du die damit halt nicht und im Zweifelsfall, wie gesagt, ich zahle auch manchmal gern, aber selbst, wenn man dann manchmal so sagt zu den Leuten, ich würde vorbeikommen, dann sagen die, ja, komm hinten vorbei, sage ich, ich würde es aber auch gern zahlen, sagen die sowieso, nee, ach komm, ist egal. So, weißt du? Dann kauft man sich halt wenigstens was zu trinken oder was weiß ich, weißt du? Es ist schon okay, es kommt ein bisschen so drauf an, wie elegant man es macht, also da ging es jetzt auch auf jeden Fall ums Posen vor dem Veranstaltungsort, das ist natürlich ein bisschen Kacke, aber ansonsten... Ich mach's, ich mach's, mich stört's halt überhaupt nicht, aber unangenehm ist es mir, wenn ich's mache. Wie, dich stört's nicht, wenn du Leute... Wenn mich Leute fragen, so von wegen, hast du noch Platz, ich würde gern vorbeikommen, stört mich überhaupt nicht. Mich auch nicht, nee. Wenn es zum Beispiel noch Platz ist, ansonsten sage ich halt von wegen, nee, ist schon übelst voll, geht halt nicht, kommst du halt so vorbei. Oder ich kann dich wenigstens so draufsetzen, dass du auf jeden Fall reinkommst, musst du aber bezahlen. Aber wenn ich halt Leute frage, so von wegen, ey, ich würde gern vorbeikommen, geht das? Das... Lieber zahle ich's eigentlich. Aber es ist halt auch manchmal einfach Quatsch, so ich würde jetzt nicht bei Julius ein Ticket bezahlen, weil das ist wirklich Quatsch. Das ist albern, ja. Du hast eh Hausverbot bei meinen Veranstaltungen. Aber weißt du, wenn man halt so, wenn man mit jemandem einmal aufgetreten ist irgendwo und den jetzt deswegen nicht besonders doll kennt, da würde ich jetzt, selbst wenn ich dessen Nummer hab und da würde ich jetzt nicht unbedingt anrufen und sagen so, ey, weißt du noch, vor zwei Jahren. Aber da gibt's Leute, die machen das. Klar. Und ich würde da wahrscheinlich auch sagen, ja, okay, dann kriegst du vier Karten. Das ist halt genau, ich glaube, man muss einfach wirklich so ein bisschen aufpassen, das ist interessant, weil ich hab in meinem Freundes- und Bekanntenkreis wirklich wenige Leute, die sich dann so unangenehm gerieren, wie diese Typen oder Typinnen, weiß ich ja nicht, diese vier Leute, von denen du da gesprochen hast. Aber vielleicht kann man davon, vielleicht ist die Faustregel, wenn die Leute, die auf der Bühne sind, Arschlöcher sind, dann sind auch die Freude, die sie kennen, können Arschlöcher sein. Und ich war zum Glück echt selten in der Situation, dass ich zum Beispiel jemanden eingeladen habe oder jemand der, die dann im Backstage mit waren und die dann Leute mitgebracht haben, die unangenehm waren. Es gibt's. Aber da sage ich meistens dann halt von wegen, das geht nicht. Also du kannst da hin und wenn du jetzt jemanden mitbringst, dann kommen die aber nicht mit in den Backstage, wenn die keiner kennt. Ja, genau. Also man muss da glaube ich für sich selber so ein paar Regeln festlegen, nachdem man sich selber verhalten möchte und dann funktioniert das. Ist ja auch vollkommen okay, weil du kommst halt kostenlos rein, also ist doch gut. Die Locations sind in der Regel wirklich entspannt, was das angeht. Ja, voll. Wie das jetzt ist, also selbst jetzt zu Corona-Zeiten, also wenn ich an das Werk denke, denen gibt man dann eine Liste halt am Anfang des Abends, spricht das nochmal ab und sagt hier, das sind die Menschen, die auf die Gästeliste kommen, lass die doch einfach rein und dann ist das überhaupt kein Problem. Aber natürlich wird, also wenn die Kommunikation stimmt, dann wird auch so ein Fall wie das mit den vier Arschlöchern, wird, sag ich mal, diskret und seriös gehandelt. Wenn die Kommunikation nicht stimmt, dann wird auch schon mal rumgekackt, also auch von beiden Seiten. Gerade wenn dann auch so ein Künstlermanagement dazwischen hängt, die dann natürlich auch versuchen, ihre Schützlinge sozusagen abzuschirmen. Ja. Aber es ist einfach, für Auftretende ist es halt total schön, gerade wenn sie in fremden Städten sind, dass dann Leute vorbeikommen, die sie kennen, aber die sind meistens dann wirklich so gut befreundet, mit mir zum Beispiel oder mit André, dass man sich nicht erst am Tag überlegt, vorbeizukommen, sondern dass man dann einfach sagt, okay, cool, kommst du da vorbei, guckst die Show an, dann quatschen wir noch oder gehen noch einen trinken. Aber das ist dann, also das sind dann einfach schon gute Bekannte und die machen dann auch nicht so eine Scheiße, wie vor der Location sagen, ich kenne den übrigens. Je länger ich drüber nachdenke, finde ich es echt unangenehm. Ich habe das schon manchmal erlebt, dass halt Leute auch meinten, von wegen, pass auf, also danke für die Liste und so, wir sehen uns dann danach. Das fand ich auch immer ganz nett, weil manchmal hat man auch einfach gern seine Ruhe. Ich musste gerade ein bisschen lachen, weil ich eine Mail hier aufgeklickt habe, von Jörg, a.k.a. Jochen, a.k.a. Günther, klar, man fragt lieber nicht und er hat ein Bild von sich angehangen und was habe ich vorhin über Jörgs erzählt? Es ist genau so. Es ist, tut mir leid, Jörg, es ist nicht böse gemeint. Er hat geschrieben, Hallo, ihr Herrlichen, ich bin Zeredi seit Folge 35 und zwar jener Bekannte von Markus, der ihm von den Viadukten und den Scheißeproblemen erzählte, was uns am Vorabend seiner Mail tatsächlich ähnlich stark belustigte, wie euch in Folge 35. Den Link zu meiner ersten TTCL-Folge bekam ich dazu ein paar Tage später von Markus zugeschickt. Hör mal, ab Minute so und so. Dummerweise habe ich das gleich getan, wenn ich mich morgens beim Umsteigen am U-Bahnhof Alexanderplatz befand. Zum Glück gibt es da genug große Säulen, hinter denen man tränenlachend in die Knie gehen kann und in Berlin stört sich ja eigentlich sowieso niemand an sowas. Und dann ging es um Vauda und er hat geschrieben, dass er im Zug von Berlin nach Erfurt unterwegs war und ein Mann hat ihn angesprochen, ein freundlicher älterer Herr aus Israel stellte sich vor und fragte mich, ob ich nicht der Hauptdarsteller aus der israelischen Serie V da wäre. Sein Sohn hätte den erst kürzlich getroffen und ich sehe ganz genau so aus. Er hatte davon auch ein Foto und die Ähnlichkeit war tatsächlich gegeben. Für den Rest der Fahrt war ich dann die peinlich berührte Attraktion im Abteil mit Beweisfoto für den Sohn. Sehr strange, aber irgendwie trotzdem süß. Es stimmt, er hat wirklich recht. Die Verwechslung kann passieren, wenn man nicht so hart in Vauda drin ist. Ja. Ja. Nicht schlecht, Jörg. Ich habe auch noch eine und dann habe ich noch zwei Announcements. Hier von Luca. Luca hat sich Arbeit gemacht und welche, das erzähle ich jetzt. Lieber André, lieber Julius, erst einmal Glückwunsch nachträglich zu eurer 100. Folge. Sie war toll. Vielen Dank. Als ihr in der letzten Folge über Serienempfehlungen für den Herbst sprach, habe ich mich veranlasst gefühlt, endlich mein Langzeitprojekt zu beenden und es ist geschafft. Auf der Zerpedia-Seite, TDZ-Empfehlungen, können alle Zeredis ab jetzt sofort in allen jemals von euch ausgesprochenen Empfehlungen stöbern. Oh Gott. Sei es ein Buch, das einer von euch gut fand, ein Film, eine Website, eine Serie, ein Mensch, ein Kochtipp und so weiter. Die Empfehlungen sind chronologisch sortiert und ich habe jeweils ergänzt, worum es sich bei der jeweiligen Empfehlung handelt. Das heißt, dass der, die geneigte Zeredi zum Beispiel mit dem Suchbegriff Serie auf der Seite auf alle Serien stößt, die ihr empfohlen habt. Viel Spaß. Außerdem warte ich in eurer Wohnung auf euch mit einem Messer. Nein. Außerdem würde ich gerne von euch wissen, über welches Zuhörmedium ich euch am besten unterstützen kann. Bringt es euch ein paar Cent mehr, wenn ich die TDZ-Folgen bei YouTube höre? Sollte ich besser wie bisher Apple Podcasts nutzen oder doch vielleicht Spotify, weil es keinen Unterschied macht, auch gut. Falls doch, verratet es uns gern, dann könnten ich und vielleicht auch andere Zeredis auf das entsprechende Medium wechseln. Ich glaube, das ist egal. Bleibt gesund. Sanfte Welle, sanfte zweite Welle, Luca. Vielen, vielen Dank, Luca. Und sorry, dass ich dich als verrückte Person hingestellt habe, die in unserem Privatleben rum vorwerkt, weil du siehst ja gar nicht. Du hast ja einfach nur das aufgeschrieben, was wir öffentlich gesagt haben. Vielen Dank für die Arbeit. Das ist geil. Also es ist wirklich interessant. Ich habe es gerade offen und gucke so durch und denke so, ernsthaft? Das haben wir empfohlen? Was denn? Folge 1. Mit Apfelstückchen nimmt man die Säure aus Mahlzeiten raus. Was? Ja, Folge 1. Mit Apfelstückchen nimmt man die Säure aus Mahlzeiten raus. Hast du anscheinend empfohlen. Ich war es nicht. Das war ich ganz bestimmt nicht. Das war es bestimmt du. Ja, logisch. Hast du eigentlich jetzt schon mal deine Habanerosauce probiert? Die ist viel besser geworden. Also es hat tatsächlich ein bisschen Hinstellen hat was gebracht. Schmeckt richtig geil. Echt gut. Ich bin wirklich beeindruckt. Sehr gut. Muss jetzt nochmal machen. Also ich habe ja noch einen kleinen Batch. Ich bin stolz auf dich. Also folgendes. Hast du noch eine Mail oder? Nee. Okay, pass auf. Erstens haben wir gar nicht drüber gesprochen. Ist natürlich furchtbar für alle Zeredis, die sich darauf gefreut haben. Aber der Erfurter Weihnachtsmarkt ist abgesagt. Ja, ja, genau. Okay, dann komme ich auch gleich nochmal auf sowas. Also das ist schade. Ich wollte euch sagen, dann fahrt doch einfach auf den Nürnberger Weihnachtsmarkt. Das ist nur unweit entfernt. Aber der ist auch abgesagt. Deswegen, liebe Freundinnen und Freunde, trefft euch einfach nicht auf dem Weihnachtsmarkt. Es gibt eh keinen billigen Glühwein. Und trefft euch einfach, aber nur 15 Leute oder je nachdem, was die Verordnungen gerade aussagen, privat. Oder draußen. Macht einen schönen Winterspaziergang. Zum Beispiel durch den Ilmpark in Weimar. Wie wär's? Kleiner Tipp von mir. Okay. Warum nicht? Ich hab mich nur gewundert, wie du auf Weimar kommst. Weil das neben Erfurt ist und ich wusste jetzt gerade keine Parkanlage in Erfurt. Aber eine aus Weimar. Ja. Crazy. Ich hab da vielleicht Familie. Was ich noch, ich hab noch eine Sache vergessen und zwar Rebecca hat uns geschrieben und hat gefragt, ob das mit den Refugees-Welcome-Schwippbögen, ob's die wirklich gibt oder ob das nur so erzählt war. Die gibt's wirklich. Ich hab so einen. Und es wird jetzt wahrscheinlich ein bisschen schwieriger, die zu finden, weil die gab's hier immer auf irgendwelchen alternativen Weihnachtsmärkten. Ich weiß, hab überhaupt keine Ahnung, ob die stattfinden werden. Aber im Zweifelsfall in Leipzig auf dem Feinkostgalende oder im Werk 2 beim Stand der antifaschistischen Herzigkeit. Oh, das kommt doch einfach, wenn man das googelt. Das kann man auch mal googeln, genau. Und ich glaube, also ich bin mir halt nicht mehr sicher, ob's das online gab oder nicht. Ich weiß, ich hab den auf jeden Fall da an einem Stand gekauft. Aber ich bin auch der Meinung, dass es das mal online gab zum Bestellen. Und ja, macht das doch. Also das kommt auf jeden Fall bei den richtigen Leuten an. Die spenden davon auch ganz viel an eine Werkstatt, bei der sie das herstellen. Also so eine Werkstatt für Menschen mit, ich glaube, geistiger oder körperlicher Beeinträchtigung. Das sind auf jeden Fall, geht alles in die richtige Richtung. Liebe Zeredis, schön, dass ihr mit dabei wart. Lasst uns ein Abo da, schreibt bei Apple Podcasts gern aus welchen Verträgen euch Jules rausholen soll. Ja. Und dann hören wir uns wieder, wenn ihr mögt, nächsten Donnerstag. zu einer neuen Folge Team Totale Zerredung. Was gibt's noch? Wählt bitte keine Rechtsradikalen. Auch nicht, wenn ihr US-Mitbürger seid, habt ihr hoffentlich schon gewählt und ihr habt hoffentlich nicht den Bekloppten gewählt, der nächste Woche hoffentlich nie wieder Präsident wird und dann hoffentlich mit Gerichtsprozessen überzogen wird und dann nochmal in Knast kommt. Ja. Ich habe jetzt letztens dieses Buch von der Nichte von Trump gehört. Alter, das ist einfach der größte Schimpfwort der Welt. I see. Wählt bitte keine Nazis, Leute. Ja. Gibt's noch Jingle? 니다. Meine Lieblings-Mitros buying Vielen Dank.